Hallöchen und herzlich willkommen zu Star Wars Galaxy of Heroes und zu einem neuen Event-Video. Ja, ein neues Blitz-Event ist gestartet, der Aufstand. Wir können unsere Phönix-Charaktere benutzen, die glaube ich bei fast jedem mit drei Sterne im Schrank verstauben. Ja, man konnte ja die Tage jetzt, ähm, sie ein bisschen farmen. Hier seht ihr, es gibt wieder drei Ränge plus einen Bonus-Rang. Ich muss sagen, die Ausrüstung sieht schon ziemlich geil aus. Da haben sie es uns mal wieder schmackhaft gemacht, um die Jungs auszurüsten. Ich denke, ich mache mal hier jetzt einen Kampf und sage mal, ja, zu diesem Event meine Meinung. Ich denke, ich mache gleich Rang 3. Ja, da benutze ich die drei Einheiten, sobald ihr diese Einheiten habt, auf drei Sterne oder vier Sterne, bekommt ihr die gestellt. Ja, meine Meinung dazu, ähm, ja, sie sind da jetzt seit drei Tagen farmbar, oder zwei oder drei, ähm, in Cantina, ähm, ja, ähm, helle Seite, ne, dunkle Seite Kämpfe, glaube ich. Ähm, sie sind in der, ähm, mit Arena-Token sind sie farmbar. Und, ja, ich glaube, da, ähm, ja, demnächst kommt ja, oder soll ein neuer Charakter kommen, ähm, Großadmiral, äh, Fraun. Ich weiß nicht, ob er so ausgesprochen wird, und, ähm, ja, man munkelt, dass die, ähm, ja, die Phoenix-Charaktere, ähm, dafür benutzt werden, ähm, sollten. Ähm, ja, man kann die Charaktere, kann man jetzt auch mit einem, mit einem Pack kaufen für 105 Euro, um das Ganze zu beschleunigen. Ähm, da glaube ich, oder da möchte ich, ich möchte nichts unterstellen, aber mir kam so vor, als ob man so ein bisschen, die, ähm, nochmal ein bisschen Geld einsacken möchte. Ähm, man macht es jetzt hier mit diesen richtig coolen, ähm, Ausrüstungen, machen wir es den Leuten schmackhaft, dass man ja noch, ähm, ein bisschen Kristalle oder ein bisschen Geld investiert, ähm, um auch an die Cetas zu kommen. Weil, ja, einige haben eine ziemlich schlechte Drop-Chance bei Cetas, ähm, bei den Schiffen, und, ja, ich denke, dass da vielleicht manche, ähm, sich da nochmal ein bisschen mit Cetas eindecken möchten. Äh, ja, also, meine Meinung ist, wer die Charaktere noch nicht auf 3 oder 4 Sterne bekommt, ähm, glaub 3 ist das Mindeste. Ja, also, ich denke, das muss nicht sein. Also, meiner Meinung nach, ich, ich werde auch die Rebellen so lassen, ich habe sie ja hier auf 4 Sterne, ich werde sie so lassen, ich werde sie auch nicht, ähm, ja, großartig nochmal aufleveln für dieses, ähm, Großadmiral-Franc-Event. Und, ähm, ich finde einfach diese Events mit diesen Charakteren, wo alle erlaubt sind, finde ich nice, so wie es bei Ahsoka war, so wie es bei den, ähm, Phoenix-Charakteren, glaub selber war, ja, da warst du, oder bei Darth Nihilus, ähm, das finde ich nice, da kann man immer selber entscheiden, welche Charaktere man benutzt, aber so, ja, jetzt habe ich die, jetzt bin ich bei der dritten Stufe, das Event ist nicht schwer, ähm, auf keinen Fall mit den richtigen Taktik-Trick, ähm, kommt man da schon, ähm, recht gut durch. Ja, ich habe, ähm, schon in meiner Gilde gelesen, oder von ein paar Kollegen, dass die, ähm, ziemlich Schwierigkeiten hatten, ähm, überhaupt Rang 1 oder diesen Rang hier zu schaffen, aber, ja, der Rang sollte jetzt kein Problem sein. Ich kenne mich auch nicht wirklich mit diesen Charakteren aus, äh, ich habe sie, habe ich überhaupt welche mit Level 30, ich habe, glaube ich, habe die nicht mal, ähm, aufgelevelt oder so. Ähm, ja, weil die einfach mit, ähm, mit diesen Sternenanzahlen meiner Meinung nach noch nichts bringen. Und jetzt so ein bisschen, ja, jetzt wo sie farmbar sind, möchte man sie uns, ähm, ein bisschen schmackhaft machen. Ja, jetzt ist, jetzt ist nur noch einer und jetzt bin ich gespannt, was ich denn für Ausrüstung bekomme. Hm, erstmal den Sieg und ich bekomme eine 5-Sterne-Mod mit Zähigkeit, naja, und 5 Fusionsbrennerteile, gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen, es lohnt sich, wenn man die Charaktere hat. Seht ihr, ich habe jetzt hier 2 von 3 bei Rang 2, äh, da fehlen mir welche und bei Bonusrang, da brauche ich gar nicht, ähm, mitreden. Ja, okay, jetzt ist auch wieder abgeschlossen, erst wieder in 50 Minuten, wie bei, ähm, wie heißt er, wie bei, ähm, Luke Skywalker. Ja, seht ihr hier mit 110 Euro, da will man, wenn man dies jetzt kaufen würde, hätte, hätte sie jeder auf mindestens, ähm, 4, 5 Sterne. Und, ja, muss, muss nicht wirklich sein, äh, bloß um, um dieses, ähm, Event dann mit diesem, äh, Großadmiral Fraun, äh, da, hier seht ihr meine Charaktere, alles 4 Sterne, 3 Sterne, 4, 4, 4, ein bisschen gefarmt habe ich sie bekommen, aber ich habe mir dann irgendwann mal gesagt, nee, äh, muss nicht sein, da bin ich dann doch lieber, ähm, ja, da bleibe ich dann doch lieber, äh, bei meinen Charakteren, die ich gerade fahren möchte und lasse eigentlich dieses, ja, dies hier links liegen, aber, ja, wie gesagt, wenn ihr die Charaktere habt, macht das, ähm, die Ausrüstung ist echt nice, aber ich denke kein Must-Have, extra die Charaktere auf 5 Sterne zu bringen, wegen den Cetas und, ähm, Geld zu investieren, naja, muss nicht unbedingt sein und damit, äh, hört doch schon dieses Video auf, das war so meine Meinung, ähm, ja, zu diesem Event, was jetzt, oder was jetzt, äh, kommt, oder zu diesem Event und, ja, ich wünsche euch allen trotzdem noch einen schönen Abend und schönen Tag, falls ihr das Video auch am Morgen und am Abend seht, ansonsten sage ich mal, ciao.